Samstag, 7.12.19, nächstes Kaiserslautern, hier ist der Benzenberg. Ich darf Sie alle, Herr Wolscher, uns das herzlichste Willkommen heißen zum letzten Meisterschaftsspiel hier im Fritz-Walter-Stadion im Jahr 2019. Erster FC Kaiserslautern gegen den Hanschner FC. Auch der besondere Bekommensgruß gibt natürlich unseren Gästen, die Mannschaft, die Reiseoffizieren und auch den Fans auf alle. Herzlich willkommen bei uns im schönen Kaiserslautern und hier bei uns auf dem Metzl. Ich darf Werner sehr herzlich begrüßen und die Vertreter der Presse und der Medien. Wir wünschen Ihnen nach heute ein angenehmes Arbeiten hier bei uns im Fritz-Walter-Stadion. Doch ganz besonders herzlich begrüße ich auch heute im weiten Rund unseres Stadions die Fans der Rote Teufel, Hallo FC Kaiserslautern! Hallo FC Kaiserslautern! Ich möchte Sie alle noch einmal mit voller Energie dabei sein, um unsere Mannschaft in diesem letzten Einspiel des Jahres 2000 wollen Sie ja von Anfang an mit ganz viel Power zu unterstützen. Ich begrüße wie immer sehr gerne unsere Fans im Süden! Hallo Süd-Tribüne! Die Nord-Osten bin heute nur von Gästenfans besetzt. Ich begrüße unsere Fans im Norden! Hallo neue Tribüne! Und bei ganz besonderer Willkommensgruben geht er heute in Kaiserslauterns berühmteste Kurve! Hallo Leidenberger in Flens bis Kurve! Und liebe Freunde, es ist gut hier! Wir sind jetzt oben! Hallo Leidenberger in Flens und Flens! Und dass wir heute und unsere Fans hier von der Viertribüne ganz unheimlich herzlich willkommen Meistern! Wir kommen zur Mannschaftsaufstellung unseres Gastes! Der Halleschäft spielte die folgende Ausstellung! Dundeleins, Katzenbeb! Fünf, Jennings vor Ort! Siebelin im Gewächster an! Acht, Antonius Papadogunz! Florian Pascalsen, Treizehn, Deniz–Bold! Sechzehn, Dennis Mast! Zwanzig, Florian Hansch! Sechundzwanzig, der Käpt'n der Mannschaft Sebastian Möll! Einundleißig, Niklas Landkar! Mit der 33 spielt Jonas Dietfeld! Auf der Wand, zweiten Torwart! Mit der 32 Topmüller! Mit der 3-in-Klass Köftenhofer! Sechs Tourbildenden haben! 10, Matthias Fitsch, 18, Felix Deign-Guth, 21, Julian Wasshausen, mit der 24 spielt Julian Guttau. Referier des heutigen Nachmittags ist Robert Hartmann. Er wird assistiert an den beiden Außenlinien von Maximilien Riedl und Christian Ballweg. Und die Rheinpfalz präsentiert heute die Einlauf-Ginz, die F-Jugend des SV Moorlaute und die F-Jugend vom Tuf Göllheim. Untertitelung des ZDF, 2020